Willkommen bei Profischnack.de Ich habe heute wieder was ganz Besonderes für Sie und zwar eine ehemalschillig Brands Garnitur Tyra, eine der bestlaufendsten Modelle von Brands in der Kombination Sofa 2,02 cm und zwei Sessel in Leder Dunkelblau mit Kopfteilverstellung mit Sitzverstellung Oh, mal schauen, ob der andere Sessel das auch kann Jawohl Eine Bequemlichkeit natürlich, die dann noch größer ist Einfach wieder reinschieben und das Sofa Das ist fest Gut, das wäre ja auch zu viel des Guten Federkerne im Sitz Ein Dickleder mit, in der Ledergruppe 140 in einer wunderschönen Dunkelblauen Farbe mit diesem Rasterbeschlag Solide Qualität aus Oberfranken Und ein Preis, der Sie faszinieren wird Warum? Kunde hat die Gruppe so bestellt und dann nicht abgenommen Liegen Können Sie natürlich auch Lümmeln Kein Problem Und auf den Sessel Und auf den Sessel Wunderbar bequem durch diesen Sitzauszug Tyra Einmalig 3 plus 1 plus 1 Leder Dunkelblau Für Sie Dankeschön Und Tschüss